Hi! Ich habe gerade mal geschaut und wenn mich nicht alles täuscht, ist heute Tag der Schokolade. Und da habe ich jetzt überlegt, was kann man denn am Tag der Schokolade so machen? Und ja, ich bin jetzt nicht so der Schokoladenesser, also so ein Stück Zattpitter-Schokolade esse ich wohl ganz gerne mal. Aber dass ich jetzt großartig damit backe oder so, das ist bei mir nicht so der Fall. Ich bin glaube ich eher so der Vanilletyp. Trotzdem wollte ich ganz gerne am Tag der Schokolade irgendwas mit Schokolade machen. Und da habe ich halt überlegt, was habe ich denn schon mal gemacht, was lecker ist? Und deswegen gibt es heute bei mir Pudding. Pudding in der Variante Vanille und Schokolade. Und da kommt auch frische und gute Schokolade rein. Und selbstgemachter Pudding ist ja glaube ich immer recht schön. Und wenn ihr mal seht, wie einfach das ist, dann werdet ihr das vielleicht auch mal so machen. Aber reden wir gar nicht lange. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Auch wenn das vielleicht nicht in dieses Video gehört, würde ich ganz gerne einfach nochmal Hallo und herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten sagen. In der letzten Zeit sind es ja doch einige mehr geworden. Ich freue mich tierisch darüber. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch ein bisschen bei mir bleibt. Jetzt gerade ist ja ein bisschen Sommerpause. Das heißt, es gibt jetzt eher ein paar kleinere Videos. Nach der Sommerpause habe ich mir sogar das ein oder andere Format überlegt, was ich auf jeden Fall jetzt gerade schon am Plan bin. Ich habe mir nochmal eine Kooperation überlegt, die auch wieder ein bisschen anders sein wird, als ihr vielleicht auf YouTube kennt. Also ich habe so einiges noch mir vorgenommen, was ich ganz gerne umsetzen möchte. Naja, aber zurück zum Video. Vielen Dank, dass ihr da seid und ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen bei mir. Und wie gesagt, wenn irgendwas ist, sagt es mir gerne. Ja, zurück zum Video. Ich teile die beiden Puddings einmal auf und zeige euch erst einmal, was ihr für die jeweiligen Sorten benötigt. Für den Schokoladenpudding benötigt ihr 100 Gramm Zartbitterschokolade mit circa 80 Prozent Kakaoanteil, 500 Milliliter Milch, 40 Gramm Stärke, ich nehme immer Kartoffelmehl, 2 Esslöffel Backkakao, 50 Gramm Zucker, ich habe zum Beispiel Honig genommen, 100 Milliliter Sahne und wer mag eine Prise Salz oder Zimt. Für den Vanillepudding benötigt ihr eine Vanilleschote, 500 Milliliter Milch, 40 Gramm Stärke, auch hier habe ich wieder Kartoffelmehl genommen, 2 Eigelb, 50 Gramm Zucker, ich habe Ahornsirup genommen und 100 Gramm Sahne. Fangen wir auch direkt mit dem Vanillepudding an. Schneidet euch zuerst die Vanille längs auf und kratzt das Mark aus und gebt es in die Milch. Zu der Milch gebt ihr dann noch die Hälfte des Zuckers, also im Meilenfall des Ahornsirups. Wer die Vanille besonders aromatisch haben möchte, fängt mit diesem Schritt schon einen Tag früher an und gebt die Milch dann zusammen mit der aufgeschnittenen Vanillestange in den Kühlschrank. Am nächsten Tag sollte die Milch total nach Vanille schmecken. Dann nehmt ihr die Milch und gebt einen größeren Teil in einen Topf, erhitzt ihn und rührt immer mal wieder um. Den Rest der Milch gebt ihr zusammen mit den Eiern, den restlichen Zucker und der Sahne zu der Stärke und rührt alles einmal glatt. Wenn ihr einen größeren Behälter als ich nehmt, geht das übrigens auch viel einfacher. Sobald die Milch aufkocht, gebt ihr unter ständigen Rühren die Stärkemasse unter und rührt so lange, bis ein dicker Pudding entsteht. Ihr könnt natürlich die Stärkemasse gerne nach und nach zufügen oder noch ein bisschen Milch zufügen, wenn es wirklich zu fest sein sollte. Aber gebt auf keinen Fall zu viel zu, sonst passiert was anderes. Aber ansonsten ist jetzt der Vanillepudding schon fertig und ihr könnt ihn zur Seite stellen. Der Schokoladenpudding funktioniert natürlich ganz ähnlich. Ihr gebt die Schokolade zusammen mit dem größten Teil der Milch in einen Topf, erhitzt ihn und rührt immer mal wieder um. Die restliche Milch gebt ihr dann wieder zusammen mit dem Kakao und der Sahne zu der Stärke und rührt die Masse wieder glatt. Wo ihr den Honig hineingibt, ist ehrlich gesagt egal. Ich habe es jetzt einfach nochmal zu der Milch gegeben. Ihr könnt es aber auch zu der Stärkemasse geben, das ist in dem Fall ganz egal. Sobald die Milch aufkocht, gebt ihr unter ständigen Rühren die Stärkemasse unter und rührt so lange, bis ein dicker Pudding entsteht. Ihr könnt die Stärkemasse natürlich wieder nach und nach zufügen oder noch ein bisschen Milch zugeben, wenn es wirklich zu fest sein sollte. Aber ansonsten ist auch der Schokopudding bereits fertig. Wer jetzt aber noch möchte, kann den Geschmack des Schokopuddings noch mit einer Prise Salz oder Zimtzucker anheben. Dann schnappt euch eine Schüssel oder einen Behälter und gebt den Pudding hinein und stellt ihn einfach kalt. Ich habe den Pudding immer abwechselnd in eine Schüssel gegeben, sodass es einen netten Effekt gibt. Am besten gebt ihr dann noch Frischhaltefolie drüber und am besten dann über Nacht in den Kühlschrank. Am nächsten Tag könnt ihr den Pudding dann endlich genießen und ich probiere das jetzt einfach mal. So, der Pudding ist fertig und ich habe mir mal einen kleinen Löffel geholt. Äh, ja. Ja, aber es ist sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ähm, geschmacklich, es ist hervorragend. Es ist die Schokolade, der Schokoladenpudding ist total intensiv und ähm, der schmeckt richtig stark nach Schokolade. Also, einen richtig intensiven Geschmack hatte, das passt richtig gut. Und die Vanille hat auch einen sehr vanilligen Geschmack. Das Einzige, was ich bei der Vanille falsch gemacht habe und das werdet ihr aber nicht machen, wenn ihr euch an das Rezept haltet. Beim Rezept habe ich den Vanillepudding als erstes gemacht und ich habe da den Fehler gemacht, dass die mir beim Anrühren zu dick war. Und ich habe, glaube ich, zu viel Milch hineingegeben. Ähm, deswegen ist sie jetzt nicht so schön dick, sondern fast erst schon eine Soße oder eine Vanillesoße. Ähm, das gefällt mir jetzt in dem Fall auch gut. Denn Schokoladenpudding und mit Vanillesoße ist sie auch immer lecker. Ähm, sie sollte aber eigentlich fester sein. Und, äh, wie gesagt, wenn ihr euch an das Rezept haltet, wird der Vanillepudding auf jeden Fall fest genug sein. Und ihr werdet da keine Probleme haben. Wenn ihr das vielleicht auch als Soße haben wollt, gebt einfach mehr Milch hinzu. Das wissen wir ja jetzt. Was ich bezüglich der Stärke nochmal sagen wollte. Ich nehme persönlich immer Kartoffelmehl, weil ich glaube, ich vertrage diese Speisestärke nicht. Ich glaube, ich kriege da immer so Sob drin von. Und deswegen lasse ich das immer weg und nehme stattdessen immer Kartoffelmehl. Was ich dazu aber sagen wollte, ist einfach, dass ich die Stärke durchaus immer mal auch unterschiedlich verhalten kann. Das bedeutet, bei einem Rezept braucht man genau 40 Gramm Stärke. Beim nächsten Rezept, wenn man da 40 Gramm nimmt, ist es vielleicht schon zu fest. Oder man braucht vielleicht mal 50 Gramm. Oder man braucht vielleicht auch nur mal 30 Gramm. Das variiert und ich weiß nicht woran das liegt. Vielleicht an den einzelnen Zutaten. Jedenfalls müsst ihr da vielleicht ein bisschen drauf achten. Vielleicht ein bisschen drauf schauen. Ähm, äh, der Vorteil ist ja bei Stärke, dass ihr das im Nachhinein reingießt. Vielleicht gießt ihr nicht ganz so viel. Schaut immer, dass das eine gewisse Dicke hat. Und gibt vielleicht nochmal ein bisschen mehr hinzu. Das könnt ihr hinterher ganz einfach sehen. Sonst gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Und ihr nehmt es mir nicht übel, dass aus dem Vanillepudding eine Vanillesoße geworden ist. Wie gesagt, haltet euch einfach an das Rezept. Nicht so wie ich. Ähm, dann wird das auch klappen. Schreibt mir doch auch vielleicht mal in den Kommentaren, ob ihr schon mal frischen Schokoladenpudding oder auch frischen Vanillepudding gemacht habt. Vielleicht macht ihr das aber auch ganz anders. Vielleicht macht ihr kein Ei rein. Vielleicht macht ihr auch den Eischnee mit rein. Vielleicht schlagt ihr die Sahne auf. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kann ich ja meine Variante, die ja recht einfach ist, auch nochmal ein bisschen abwandeln. Ähm, vielleicht kriege ich es auch noch ein bisschen cremiger hin. Ähm, vielleicht kann man ja mal gucken, dass man den perfekten Vanillepudding und den perfekten Schokopudding immer mal hinbekommt. Indem man einfach so ein paar Sachen abwandelt. So, und jetzt rede ich wirklich nicht mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao.